...schauen, wenn man sich schon nicht fotografieren lässt. Könnt ihr... Ach, dann gehen wir hier hoch. Gehen wir hoch, auf. Hopp. Alle. So. Oh, ist der Schwanz, Chester? Gehen wir hier. Gehen wir hier. Komm mal her. Da ist der Schwanz. Da ist der Schwanz. Da ist der Schwanz. Also, okay. Also, Leute. Geht's da? Geht's da? Wir suchen. Macht das nochmal, das ist aber toll, oder? Dann stellen wir das ins Internet. Und wegen dem Wiedererkennungswert... Nochmal den Wiedererkennungswert! Hahaha!